Schon mal was von einer Massage-Fahrradhose gehört? Oder einem E-Bike-Ski? Ganz richtig, E-Bike-Zubehör gibt es zuhauf. Aber was davon brauchst du wirklich und worauf kannst du getrost verzichten? Poyunity ist Experte in Sachen E-Bike und Zubehör. Wir entwickeln schließlich den besten E-Bike-Diebstahlschutz, den es auf dem Markt gibt. Ich bin Matthias von Poyunity und stelle dir in dieser Folge vor, was du für dein Elektrorad wirklich brauchst. Ob für kurze Strecken oder wenn du zum Beispiel gerne längere Touren unternimmst. Wenn dich alles rund um E-Bikes und E-Bike-Ski interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere Poyunity genau hier und werde Teil unserer Powerful Community. Fertig los, wir starten mit dem Helm. Früher war oben ohne cool. Heute tragen sogar modebewusste Hipster Fahrradhelme. Eine gute Entwicklung finden wir. Du musst zwar auf einem gewöhnlichen E-Bike keinen Helm tragen, aber im Ernstfall bewahrt er dich vor schweren Verletzungen oder noch Schlimmeren. Für robuste Helme verwenden Hersteller das In-Mold-Verfahren. Dabei wird in die Außenschale ein Hartschaum gespritzt. Apropos Außenschale. Mehr Schutz als eine Schale aus Kunststoff bietet eine aus Carbon. Achte außerdem darauf, dass der Helm perfekt sitzt und du dich damit wohlfühlst. Nur dann wirst du ihn nämlich auch tragen. Gute Helme für das Fahren mit deinem E-Bike bekommst du ab etwa 60 Euro. Nummer 2. Beleuchtung. Sobald du bei Dunkelheit mit dem E-Bike unterwegs bist, brauchst du eine gute Beleuchtung. Die findest du am besten durch scheres Ausprobieren. Denn Angaben zu Lumen und Lux verraten dir zwar, wie hell eine Lampe ist, Du weißt aber nicht, wo die Helligkeit hingeht und wie das für dich aussieht. Achte darauf, dass Scheinwerfer robust und spritzwassergeschützt sind. Und wenn du gerne auf Landstraßen fährst, solltest du mit Fernlicht ausgestattet sein. Leistungsstarke Lichtsysteme können ein paar hundert Euro kosten. Einfache Frontscheinwerfer bekommst du schon für deutlich weniger Geld. Ein Tipp am Rande. Die Wattzahl kannst du ruhig ignorieren. Sie sagt nur aus, wie viel Energie die Leuchte braucht. Diebstahlschutz. Diebstahlschutz ist vielleicht das wichtigste E-Bike-Zubeheer überhaupt. Denn wofür brauchst du Sattel, Beleuchtung und Co., wenn dein Bike nicht mehr da ist? Weil auch einzelne Komponenten wie Sattel, Pedale oder Akku bei Dieben hoch im Kurs stehen, solltest du auch die vor Diebstahl schützen. Und dabei gilt, ein einfaches Schloss reicht lange nicht aus, um geübte Fahrraddiebe abzuschrecken. Wir empfehlen dir stattdessen das folgende Trio. Erstens ein hochwertiges Fahrradschloss. Am besten ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Zweitens den Biketrax GPS Tracker von PowUnity, damit du dein E-Bike wiederbekommst, wenn es trotz Schloss geklaut wird. Und drittens die Hexlogs Komponentensicherung für wertvolle Bestandteile. Mit dem Hexlogs Spezialsicherungssystem verhinderst du nämlich, dass sich Komponenten abschrauben lassen. Wenn du wissen willst, wie du Hexlogs als Komponentensicherung richtig nutzt, hilft dir sicher dieses Video hier oben weiter. Reinigungsmittel Dir ist eigentlich egal, wie dein E-Bike aussieht. Trotzdem solltest du es ab und zu reinigen. Damit verlängerst du nämlich seine Lebensdauer. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Bürste, einen Lappen, einen Eimer mit Wasser, eventuell ein Oberflächenreiniger, Kettenreiniger und Kettenöl. Du kannst dir auch ein Komplettset für die Reinigung kaufen. Für rund 30 Euro bekommst du das ganze Paket in einem. Taschen und Rucksäcke Eine große Hilfe beim Einkaufen oder bei Radtouren sind die richtigen Taschen. Je nachdem, was du transportierst und wie lange du unterwegs bist, haben Fahrradtaschen für das E-Bike klare Vorteile gegenüber einem Wanderrucksack oder einer einfachen Plastiktüte. Dabei ist entscheidend, dass sie genug Platz bieten, robust und regendicht sind und sich gut an deinem E-Bike befestigen lassen. Einfache, aber praktische Taschen bekommst du ab 30 Euro. Für hochwertige Varianten mit mehreren Fächern zum Sortieren deiner Habseligkeiten, Akku und Co. rechne etwa mit dem Dreifachen. Braucht man wirklich Eigenkleidung für das Fahren mit dem E-Bike? Nun, es kommt darauf an. Für den Abstecher zur Arbeit oder zum Einkaufen genügen natürlich Jeans und T-Shirt. Für längere Touren empfehlen wir dir aber, dich umzuziehen. Gute Fahrradkleidung ist nicht nur atmungsaktiv, sie ist auch im Schnitt auf die Bewegungsabläufe beim Fahrradfahren abgestimmt und bringt Extras mit. Ein Polster in der Hose fühlt sich zwar erstmal seltsam an. Bei einer 30 Kilometer Radtour oder länger wirst du sie dir aber trotzdem herbei wünschen. Sonstiges Zubehör. Du hast noch ein paar Euro locker und hast besondere Wünsche an dein E-Bike? Dann wären da noch faltbare Fahrradanhänger, E-Bike-Ski oder Massagehosen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber ganz wollen wir dir deine Entdeckerfreude natürlich auch nicht nehmen. Nur an einem solltest du beim E-Bike-Zubehör immer denken. Selbst das beste Gadget ist nutzlos, wenn dein E-Bike nicht mehr dort ist, wo du es abgestellt hast. Deshalb hol dir jetzt den GPS-Tracker Bike Tracks von PowerUnity und schiebe Dieben ein für allemal einen Riegel vor. Du willst noch mehr Tipps rund um GPS-Tracker und E-Bike-Sicherheit erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite PowerUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonnier mit einem Klick auf diesen Button, unseren Kanal und schau dir alle PowerUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.